Was wäre er wert, wenn der jetzt in einem netten Zustand wäre und da wäre der originale Stoff noch alles da? Ich denke ab 16.000, 16.500 Euro aufwärts. Uiuiuiui. Es handelt sich um eine besondere Erfindung von Louis Vuitton und die wird immer als Steamer-Schwank bezeichnet. In der Höhe des Etiketts war noch rot-weiß gestreiftes Leinen. Wo ist das denn jetzt? Das hat sie alles weggeputzt. Wer? Ist etwas Wichtiges weggeschmissen. Also sie haben eigentlich die Geschichte der Truhe weggeputzt und hier muss ich jetzt bewerten, so wie es ist. Und hier bin ich bei 2.900 bis 3.100 Euro.